Ich ziehe nach neun Monaten ein Zwischenfazit. Vor ziemlich genau neun Monaten habe ich mit meiner Ernährungsumstellung und mit dem Intervallfasten angefangen und ich dachte mir, es wäre jetzt einfach mal ein guter Zeitpunkt zurückzuschauen und zu gucken, was von den Dingen, die ich geändert habe, ist vielleicht mittlerweile eine Gewohnheit geworden. Neun Monate sind ja eine recht lange Zeit und ich merke tatsächlich, dass einige Dinge Gewohnheit geworden sind. Worauf ich mich nicht mehr konzentrieren muss, was einfach automatisch passiert. Und ich möchte auch nochmal über die Dinge reden, die nicht zur Gewohnheit geworden sind, die ich zwar trotzdem mache, aber die immer noch viel Aufmerksamkeit verlangen. Was sicherlich in Bezug auf das Intervallfasten zur Gewohnheit geworden ist, ist die Sache, dass ich ein Zeitfenster habe, in dem ich essen kann und dass ich außerhalb dieses Zeitfensters halt faste, nichts esse und nur kalorienfreie Getränke zu mir nehme. Und das ist mittlerweile so sehr zur Gewohnheit geworden, dass mich der Gedanke, dass ich rund um die Uhr essen könnte, der beunruhigt mich nicht. Aber der kommt mir komisch vor. Das kommt mir seltsam vor, dass ich das könnte, wenn ich wollte. Und ich denke, das ist tatsächlich ein Zeichen dafür, dass es zur Gewohnheit geworden ist und nichts, worauf ich mich bewusst konzentriere. Man hatte ja auch sonst meistens Essensmahlzeiten. Das heißt, man hat zum Beispiel gesagt, ja, weiß ich nicht, ich frühstücke um neun und esse Mittag dann und dann und abends isst man dann und dann oder hat da irgendwie zwischen, weiß ich nicht, zwischen acht und neun hat man gefrühstückt. Und grundsätzlich ist in Intervallfasten ja nichts anderes, dass man sich für sowas quasi ein Zeitfenster gibt und nicht für jede Mahlzeit einen Zeitpunkt festlegt. Aber selbstverständlich, wenn ich jetzt in meinem Fall, dass ich von elf Uhr vormittags bis sechs Uhr abends essen kann, dann frühstücke ich auch um elf oder um kurz nach elf im Regelfall. Und ich esse kurz vor sechs Uhr zu Abend. Das ist ganz normal. Aber dieses grundsätzliche Verständnis von ich habe ein Zeitfenster, in dem ich esse, ist absolute Gewohnheit geworden. Und das finde ich toll und das gibt mir sehr viel Struktur. Und da ich ein Mensch bin, der auch aufgrund meiner Depression und meiner Angststörung mit Strukturlosigkeit zu kämpfen hat, ist es toll, dass das schon alleine so eine Rahmenbedingung dafür ist, dass es wirklich das Thema Essen und Ernährung bei mir gut läuft. Was auch zur Gewohnheit geworden ist, sind die Dinge, die ich zum Frühstück und zum Abend esse, beziehungsweise für meine beiden kleinen Mahlzeiten, so will ich das mal nennen. Und ja, ich werde Videos konkret dazu machen, was ich frühstücke und was ich zu Abend esse. Auch da möchte ich schon mal die Warnung geben, das wird sicherlich nicht optimal sein. Es wird aber schon im Grunde ausgewogen sein. Und ich werde für jede Mahlzeit ein Video machen. Und hier fliegt gerade eine fette Fliege rum. So, die Fliege ist weg. Es ist für mich mittlerweile schwer vorzustellen, dass ich etwas anderes frühstücke oder zu Abend esse, als das, was ich im Moment tue. Also, wie gesagt, es gibt da pro Mahlzeit ein, zwei, maximal drei Variationen. Aber wirklich grundsätzlich ist es immer die gleiche Mahlzeit. Und ich brauche nichts anderes. Ich brauche einfach nichts anderes und ich möchte auch nichts anderes. Und auch das habe ich schon in vielen anderen Videos gesagt, dass es für mich auch einfach eine unglaubliche gedankliche Erleichterung ist, dass ich weiß, was ich frühstücke und zu Abend esse. Und dass ich das einfach wirklich zur Gewohnheit gemacht habe. Ich denke nicht mehr darüber nach, oh, jetzt gleich isst du deine beiden Scheiben Vollkornbrot und machst dir zwei Spiegeleier dazu. Sondern ich denke, ich esse Frühstück. Und das ist wirklich wunderbar und etwas, was sich für mich auch manchmal noch ein bisschen komisch anfühlt, was mir dann zwischendurch auch wirklich bewusst wird, wo ich dann da stehe und mir denke, ja, ich habe mich früher gedanklich so oft mit Essen beschäftigt und was ich esse und wie viel und dass es ein Fest sein muss und was ich Geiles machen kann zum Frühstück oder zum Mittag. Und das mache ich jetzt nicht mehr. Von daher ist diese Gewohnheit wirklich sehr schön und sehr entspannt und eine große, große Erleichterung für mich. Wo ich auf dem Weg zur Gewohnheit bin, wo ich definitiv auch schon einen gewissen Schritt in die Richtung Gewohnheit gemacht habe, ist bei der Auswahl meiner mit täglichen Speisen. Ich erlebe mich mittlerweile dabei, wie ich nicht anfange, sie leid zu werden, aber wie ich doch merke, dass vieles immer wieder kehrt an den Speisen, die ich esse. Und da muss ich ein großes Lob und einen großen Dank an meine Schwester Steffi mal hier über diesen Weg rausschicken, auch wenn sie dieses Video nicht guckt, die wirklich sehr gut darin ist, neue Gerichte aufzutreiben und neue, ausgewogene Gerichte aufzutreiben. Und wir sind da wirklich dabei, immer mal wieder neue Gerichte in unseren Speiseplan einfließen zu lassen. Ich esse ja sehr oft mit ihr zusammen. Und das ist wirklich toll, weil ich tatsächlich merke, dass ich einige Dinge so langsam ein bisschen überhabe, was nicht heißt, dass ich sie wirklich satt habe oder leid habe, sondern dass ich merke, dass ich einfach gewisse Pausen dazwischen brauche, bis ich sie wieder essen kann. Und das ist halt wirklich sehr cool, dass Steffi mir so dabei hilft, wirklich immer ein bisschen Abwechslung in den Speiseplan zu bringen und trotzdem darauf zu achten, dass es irgendwie ausgewogene Speisen sind. Ich habe auch schon in einigen der letzten Videos angekündigt, dass ich definitiv auch Videos dazu machen werde, wie ich gewisse Dinge koche. Und auch hier nochmal die Warnung, es wird sicherlich nicht perfekt sein und höchst unwissenschaftlich in der Speisenzusammenstellung. Es ist bei mir sehr viel intuitiv, was ich mache, dass ich halt wenig Fleisch esse, viel Gemüse. Ich esse sicherlich zu viele Kohlenhydrate, da muss ich ehrlich sein. Aber solange ich da noch Gewicht verliere und merke, wie mir Dinge leichter fallen und ich viel Energie habe und auch nicht so viele Energieschwankungen über den Tag, sondern ein relativ gleichbleibendes Level, bin ich da ehrlich gesagt relativ entspannt. Ich weiß, jeder Ernährungsberater kriegt da die Pimpernellen, wenn er sowas hört. Aber für mich ist es so und für mich funktioniert es. Ein Punkt, beziehungsweise ich glaube sogar der Punkt, der noch nicht zur Gewohnheit geworden ist, sind die Portionsgrößen. Ich habe auch diese Sache schon mehrfach erwähnt in der Vergangenheit und das zieht sich wirklich so durch, seit ich angefangen habe mit der Ernährungsumstellung, dass ich wirklich permanent darauf achten muss, wie viel ich esse. Ich habe es in einem meiner letzten Videos auch ganz offen gesagt, dass ich an einer Esssucht leide und dass genau diese Sucht dazu führt, dass ich auch von den gesunden Dingen tendenziell zu viel esse. Und es ist wirklich etwas, worauf ich sehr bewusst achten muss, wie viel ich zu mir nehme, damit ich genug esse, genug vom Guten, aber nicht zu viel. Das ist halt genau dieser Punkt, den ich erwischen muss. Und das fällt mir nicht leicht und da bin ich permanent am Nachsteuern. Und habe es auch, wenn ich jetzt meine Portionsgröße mit der Portionsgröße von vor neun Monaten vergleiche, hat sich da sicherlich einiges getan. Ich bin da schon ein gutes Stück weit von weg. Weil auch wenn man vom Guten zu viel ist, isst man halt zu viel. Und dann gibt es einen Kalorienüberschuss und dann sind wir wieder beim Punkt zunehmen. Sicherlich ist es auch eine Sache, dass man darauf achten muss, dass man zumindest meiner Meinung nach nicht in ein zu starkes Kaloriendefizit verfällt, weil das ist, glaube ich, etwas, was dem Körper auch nicht gut tut. Vermute ich mal, schätze ich mal. Und wo es dann wirklich zäh wird und anstrengend, das durchzuhalten, aber man muss halt unterm Strich mit einem Kaloriendefizit arbeiten. Das so funktioniert abnehmen. Bei mir ist es halt tatsächlich so, dass ich da einfach sehr genau und sehr penibel darauf achten muss und das auch immer noch bei jeder Portion, die ich esse, tue. Und ich sehe im Moment auch noch nicht, wie sich daraus wirklich langfristig eine Gewohnheit entwickeln kann, bis ich nicht wirklich sagen kann, dass ich diese Sucht überwunden habe. Und Süchte haben oft das Phänomen, dass sie ein Teil von einem bleiben. Ein Alkoholiker wird zum Beispiel immer ein Alkoholiker sein. Er ist dann vielleicht ein trockener Alkoholiker, aber er weiß genau, er kann sich keinen Tropfen Alkohol erlauben, weil dann ist es wieder vorbei. Und an einem ähnlichen Punkt sehe ich mich aktuell noch. Ja, ich habe schon sehr viel erreicht. Stand jetzt sind 56 Kilo, die ich abgenommen habe. Aber trotzdem muss ich da sehr vorsichtig sein. Und ich denke, das ist auch nicht schlimm, dass ich da sehr vorsichtig und sehr gewissenhaft bin, in dem, was ich tue. Aber es ist halt der Punkt, der nicht zur Gewohnheit geworden ist, weil er auch nur sehr schwer zur Gewohnheit werden kann. Wie sehen denn eure Essgewohnheiten aus? Habt ihr Essgewohnheiten, habt ihr eure Gewohnheiten geändert in letzter Zeit? Welches Ernährungssystem verfolgt ihr? Das würde mich zum Beispiel auch sehr interessieren. Auch hier wieder der Hinweis, wir haben unter den letzten Videos wirklich eine coole Diskussion immerhin bekommen und schöne und inspirierende und interessante Kommentare von euch gekriegt. Und das würde mich jetzt auf jeden Fall gerade bei diesem Thema auch immer interessieren. Wie sehen eure Gewohnheiten aus zum Thema Essen? Und was sind vielleicht schlechte Gewohnheiten, was sind gute Gewohnheiten? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Falls euch dieses Video sonst gefallen hat, gebt mir sehr, sehr gerne einen Finger nach oben. Hier ein Like. Einen Finger nach oben. Gebt mir einfach ein Like auf das Video. Und falls euch mein Kanal und meine Videos gefallen, könnt ihr mir auch sehr gerne ein Abo da lassen. Ansonsten findet ihr mich auch noch auf den sozialen Medien. Das ist bei mir Instagram und Twitter. Und falls ihr möchtet, könnt ihr mich auch unterstützen. Und da gibt es drei Wege, die ihr wählen könnt. Ihr könnt A auf meiner Patreon-Seite vorbeischauen. Da gibt es längere und ausführlichere Vlogs. Und demnächst wird auch ein Teil der Rezeptvideos nicht, also es wird auch ein großer Teil der Rezeptvideos auf YouTube landen, aber ein kleiner Teil wird auch auf Patreon landen. Da könnt ihr mich auch gerne unterstützen. Ihr könnt mir auf Ko-Fi einen virtuellen Kaffee spendieren. Oder auch niegelnagelneu. Ihr könnt gerne in meinem Shop vorbeischauen. Und das ist kein Fan-Merchandise, wo etwas Martin draufsteht. Das ist einfach ein Shop, wo ich nach und nach Designs online stellen werde, die sich um das Thema gesunde Ernährung, Intervallfasten und mentale Gesundheit drehen. Und da könnt ihr gerne auch mal vorbeischauen. Vielleicht findet ihr da das ein oder andere, das ihr cool findet. Das würde mich sehr freuen. Ja, und ansonsten sage ich noch recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und für das Schauen dieses Videos. Und wir sehen uns im nächsten. Also ich euch. Nee, ihr mich. So rum.